Ein ganz wichtiges Instrumentarium, beziehungsweise ein ganz wichtiger Bestandteil dieser neuen Regelinstrumente wird das Coaching sein. Wir wissen aus den Erfahrungen des Programms Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, dass das letztlich der Faktor ist, der Erfolg gibt, Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Das Coaching soll einen ganzheitlichen Ansatz haben. Das bedeutet, dass man die Menschen dort abholt, wo sie ursprünglich stehen, dass man anfängt in den Familien zu arbeiten, Hemmnisse für die Betätigung am Arbeitsmarkt wegzuräumen und ähnliche Dinge. Wir wollen, dass die ganze Familie an dieser Stelle in den Blickkommpunkt genommen wird, sodass also auch Kinder davon profitieren können.